Im heutigen Video geht es um die Syncope. Die Syncope ist ein Impulsgeber, was ihr recht schnell bekommt, sehr, sehr einfach craften könnt und sobald ihr es craften könnt, direkt die besten PvP-Perks drauf machen könnt. Und zwar Messsuche und bewegliche Zielscheibe. Damit das kein Scam ist, zeige ich es euch direkt hier. Ihr seht, die Waffe ist 11.0, ich crafte zum ersten Mal und hinten gehe ich drauf, Messsuche, bewegliche Zielscheibe. Ihr habt direkt die beiden besten PvP-Perks in meinen Augen drauf, sobald ihr sie craftet, richtig, richtig, richtig nice. Dazu spiele ich noch Polygonlauf und hier legiertes Magazin. Heißt 36 Schuss im Magazin, das sind meine Stats, hier oben meine Perks, genauso wird die Waffe im kompletten Video sein. Auf meiner eigenen, da ich sie schon sehr oft gespielt habe, habe ich auch schon die verbesserten Perks drauf gemacht, sprich Messsuche in verbessert und bewegliche Zielscheibe in verbessert. Und ich kann euch sagen, der normale Roll ist extrem nice, hat mega Spaß gemacht zu spielen, weswegen ich die verbesserten Perks auch noch testen will, um zu gucken, ob sie vielleicht überhaupt irgendwas bringen. Denn an sich, wenn sie nichts bringen, sind sie einfach nur Waste. Das will ich einfach rausfinden. Das heißt, es wird vielleicht wahrscheinlich noch ein zweites Video zu der Waffe kommen, mit den verbesserten Perks. Aber für heute, das ist der Roll, den ich spielen werde, das sind die Stats. Genauso wird sie gespielt. Das heißt, wenn dir das Video gefällt, gerne ein Like auf dem Video da lassen und natürlich den Kanal abonnieren, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Von daher, ich will aufzureden, ab ins Gameplay, let's go! Ah, hinter mir. Schau, da ist noch einer. Oh, nö. Warte mal. Den kill ich damit nicht. Okay, passt. Alles gut. Abgehälft. Ja, ich würde sagen, nice to meet. Oh, sind da viele. Wir teamen die jetzt, pass auf. Perfekt, den teamen wir auch noch. Let's go. Noch einer, noch einer, noch einer. Lass mich hier nicht allein sterben. Please, danke schön. Hey, lass mich, was ich. Oh mein Gott. Nein, bitte, Mili, bitte, danke. Das war so frech von mir. Jetzt geht's mir besser. Aber siehst du, ich muss ihn nur gegen die Wand schallen. Nooo, der ist 1 in 1. Oh, das ist noch mehr. Danke schön. Oh, die Nate. Funktioniert, alles gut, alles gut, war geplant. Die Nett ist immer noch da. Ich mach den Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt bist du der Wolf. Beende die Jagd. Hallo. Alles gut. Das macht's. Weiß Teams. Hier helfen die du immer, wo es geht. Ist der One-Shot. Die Jöttingen durch den Stein durch. Oder war das dein? Das war deine von hinten, ne? Oh mein Gott. Die wollen mein... A-A-Loch. Fuck. Der hat's bekommen. Ich kann einfach freiwillig, ey. Oh Gott, das war nicht gut. Das war insane. Oh mein Gott, nein. Schon mit dabei. Neu, drei Schüsse. Nice. Der ist lauter oben. Ich hab gar keinen bekommen von denen, ne? Ich hab Alex. Nein, doch. Ich hab die ganzen Specials hier nicht aufheben. Das ist großartig. Das ist großartig. Mein Kill. Da sind ein paar. Oh mein Gott, gewonnt sich auf die Ranch. Ich bin so Cracked. Sind da viele hinten. Warte, warum lässt es dich killen? Es ist... Ich hab noch ein paar mehr hinten gewesen. Ja. Nice. Guck mal. Freihand. Fuck. Haha. Gleich ein bisschen aggressiv gewesen. Der hat sich selbst umgebracht. Oh mein Gott. Ich muss den Modus wieder ein Ding reinbringen. Sprinkommando. Oh mein Gott, hab ich verkackt. Ich hasse es. Alles gut. War geplant. Ich hab zwei One-Shot. Kommt noch ein dritter. Also, fuck. Nice Team, Robbeil. Let's go. Gott, das war so schlecht. Das ist ein bisschen das One-Shot. Nice Team. Er schießt auf die Heavy auch, Basse. Come on. Eine solche Stärke wäre beängstigend. Wäre sie nicht mehr so... Auch mit 500 Strähnen Anlocken. Links oben ist One-Shot. Dann ist auch One. Rechts sind zwei, einen hab ich. Du hast fast gewonnen. Aber geht nicht nach. Sie tut es auch nicht. Ich hab noch Damage genommen. Woher? Ich lieb das in Burgstie, weil das ist richtig nice. Mein Melee connected nicht. Die Jagd beginnt. Nice Team. Lass die Welt verruhen. Oh, Mann. Er ist vorbei. Oh, Gott. Er kommt zurück, Erdmann. Drei erledigt. Oh, es kommt noch einer. Da kann ich mal so... Eine so neue Taktik bis jetzt. Er ist One-Shot. Dankeschön. Links außen, seine. Und dann links rüber. Er ist One-Shot. Er ist One-Shot. Aber eine solche Stärke wäre beendet. Die Strähne. Nice. Auch One-Shot, Erwoller. Alles mit zwei. Eines down. Nein. Das One-Shot. Oh, mein Gott, Nate. Das One. Genau. Ich habe beide gestriffen. Du bist doch nebenbei getrogen. Ja. Den dachte ich geholtst du. Ich will ja nicht an, dass du gar nichts machst, hä? Dass die ja helfen. Stirb es nicht, mein Nate. Danke schön. Nice Team. Mach weiter Druck. Der ist Millimeter, der Titan. Das sind ja zwei. Oh, oh. Nice. Kavin. Ey, so rein theoretisch nicht, könnte ich Legend mit... Oh, mein Gott. Nein, mein Melee. Please, Melee. Das wird eher ein Shotgun-Video. Oh, mein Gott. Das sind noch zwei weitere. Du weißt, dass du einen killen musst. Du hast fünf Sekunden. Komm zurück jetzt. Oh, das war's für ihn. Oh, mein Gott. Ich habe die Pistole gebummst. Bin zu cracked. Das war's für ihn. Noch ein Weg, Rabe. Da, mein Rabe. Wie später umgefallen ist. Milliken nicht. Milliken nicht. Milliken nicht. Milliken nicht nicht. Milliken nicht. Ich ziehe heavy. Man klappt auf den Pohrer, bei einem Angriff. Wir haben ihn, wir haben ihn, alles gut, wir haben ihn, alles gut. Noch einer oben. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich habe ihn. Wir haben die Kontrolle, sagt Ihnen, was das bedeutet. Let's go. Mach das nicht. Alles gut. Hier ist auch ein Turret. Nice Team, reibere ich, nice Team. Das ist One-Shot. Kann die Turret auf und auf mich zu schießen? Please! Ich bin blind. Ich habe schon eine Brille auf. Ist der One. Denn? Wir haben auch noch. Oh nein. Alles gut, habe ich vorher. Oh mein Gott, das Ding schreddert. Ich vergesse immer, dass die alte Animation hat. Wir sind bei der Heavy. Aber mehr ist bei der Heavy. Ja, komm ich ja genau durch. Ja, ist vorbei. Zwei erledigt. Sie hören das von Ihnen. Sie hören das von Ihnen. Und fürchten Sie sich. Alle zusammen. Die eisernen Lords. Das macht zwei. Ich glaube, dass man sie auch reinfahren. Ja. Habe ich nicht verschossen. Bin ich scheiße. Ich brauche da ein paar davon. Ein wahrer Vollstrecker. Oh oh. Meint ihr, die wissen, wo wir sind? Das ist ja eine feindliche Old. Aua, irgendwas kommt von hinten, ne? Das ist one. Oh Gott. Nein, ich stehe vor dir. Noch ein Turret. Das kann nicht sein. Die Turret friert mich an. Die Turret killt mich. Ich wurde von der Turret gekillt. Ich wurde von der Turret gekillt. Mein Leben ist vorbei. Ich wurde von der Turret gekillt. Ein Kampf, der den eisernen Lords würdig war. Von der Turret.